Einen wunderschönen Montag meine lieben Nintendo Switch Freunde. Es ist mal wieder Zeit für eine Nintendo News und nach der letzten Direct haben wir ein bisschen was zu sprechen, insbesondere für Mario Kart und der gute Bowser muss ins Gefängnis und das ist kein Witz. Ich würde allerdings sagen, wir fangen jetzt gleich mal an, wenn ihr neu seid und auch Nintendo Switch und Nintendo Content mögt. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft auch kein Video mehr. Und dann machen wir direkt mal weiter, denn es ist natürlich Montag und Montag gibt es natürlich auch immer die Nintendo Sprechstunde auf Twitch. Los geht es um 20 Uhr, Link zu meinem Twitch Profil ist unten in der Videobeschreibung und heute freue ich mich wirklich, denn wir haben die beiden Gründer des Indie Entwickler Studios DigiTales bei uns, die das Spiel Lacuna entwickelt haben. Das ist so ein Detektiv Adventure Puzzle und wir werden sie ein bisschen dazu ausfragen. Wenn ihr Fragen an die habt, könnt ihr es gerne hier in die Kommentare stellen, dann werde ich mir da ein paar raussuchen. Ihr dürft natürlich auch gerne heute Abend einfach live um 20 Uhr dabei sein und eure Fragen einfach in den Chat stellen und dann werde ich mir da auch gegebenenfalls was rauspicken. Also wie auch Zeit dabei, Link unten in der Videobeschreibung, 20 Uhr auf Twitch. Über ein halbes Jahr ist es her, dass wir für den SNES und NES Immunator auch mal Updates bekommen haben. Sie sind zwar in der Online-Mitgliedschaft drin, aber irgendwie wisst ihr Bescheid. Und die letzten Spiele, die kamen, waren dann auch nicht so cool. Jetzt haben wir auf der Nintendo Direct gelernt, dass wir Earthbound und Earthbound Beginnings jetzt bekommen, was ein sehr, sehr cooles RPG ist und ist ab sofort auch verfügbar. Die beiden Rollenspiele versetzen uns in die Welt eines kleinen Jungen, der mit seinen übernatürlichen Kräften gegen nicht unbedingt gewöhnliche Probleme vorgeht. Wie gesagt, ihr braucht nicht die erweiterte Funktion, sondern nur die normale Nintendo-Mitgliedschaft. Aber was jetzt wirklich cool ist, vielleicht kennt ihr noch diese Lösungshefte von Nintendo zu SNES und N64 Zeiten, beziehungsweise die in dem entsprechenden Alter sind. Die waren sehr, sehr cool und wir bekommen jetzt zu Earthbound und Earthbound Beginnings ebenso genauso ein Lösungsheft mit über 135 Seiten. Da gibt es Hinweise zur Steuerung, Beschreibung der Charaktere, Erläuterung zur Spielmechanik und natürlich auch den klassischen Lösungsweg. Gibt es natürlich als PDF digital, Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Dann müssen wir nochmal kurz zu Breath of the Wild kommen. Es gibt mal wieder eine Aussage von Samus, Hand her, kennt ihr ja, die cover ich ja häufiger mal hier, die dann auch irgendwie gesagt habe, oder die hat jetzt wieder gepostet, dass Nintendo nach wie vor darauf abzielt, dass Breath of the Wild 2 Ende 2022 kommt und es allerdings dann auch noch nicht vom Tisch ist, dass es verschoben wird. Und sowas wird in der Regel dann zwischen April und Mai dann eben bekannt gegeben, was ja auch relativ logisch ist. Ich wollte generell mal dieses Thema nochmal ganz kurz ansprechen, weil ich denke, es ist klar, dass Nintendo es immer noch für 2022 probiert, so steht es ja auch im Geschäftsbericht, ist ja jetzt nichts Neues. Aber, und dass man eben halt, ich denke mal zur E3 werden wir ja eh wahrscheinlich neue Trailer sehen und dann wird sich auch entscheiden, ob wir das dann tatsächlich dieses Jahr noch erhalten werden oder es, wie ich es persönlich vermute, auf 2023 geschoben wird. Lässt natürlich dann wieder Raum für Spekulationen, weil man auch schon häufiger gehört hat, vielleicht kommt ja Windbaker HD und Twilight Princess HD. Ich glaube tatsächlich, wenn Breath of the Wild verschoben wird, werden wir irgendwas davon bekommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dies für die Switch vorhanden ist, dass Nintendo da auch was vorbereitet, weil wie gesagt, wenn man auch dem Glauben schenken mag, sind wir mit der Switch erst in der Hälfte der, 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 der Dingens hier, Dingenskirchen, wie heißt es? Und Hälfte ihrer Lebenszyklus und da könnte es dann schon sein, dass man da auch, wie hast du schon, Spiele vorbereitet und dann dazu was droppt. Allerdings, was ich auch mal sagen möchte, es ist auch irgendwie ziemlich nervig gefühlt, alle drei, vier Tage irgendwas zu lesen von Breath of the Wild und so. Es kommt, wenn es kommt. Wenn es 2022 kommt, hey, cool, kommt es 2022. Wenn es 2023 kommt, von mir aus Ende 2023, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, auch wenn ich eher glaube, wenn es kommt im ersten Quartal 2023. 2023, aber wie gesagt, ich kann auch nicht mehr diese Schreiereien nach Breath of the Wild 2 verstehen. Klar, ich freue mich auch, versteht mich nicht falsch, ich würde mich freuen, wenn es wie möglich released wird, aber ich habe dann lieber ein anständiges Spiel, als wenn es dann so gerusht wird. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Bowser in den Knast. Ja, das ist kein Witz, aber nicht der richtige Bowser von Mario und auch nicht Duck Bowser, der von Nintendo of America, sondern ist die Rede von Gary Browser, der der Leiter vom Team Executor ist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so eine Gruppe, die Hacks für die Switch und auch für die 3DS hergestellt haben und auch verkauft haben. Das ist der große Unterschied. Ja, die haben Firmware und Hardware verkauft im Internet. Da gab es zum Beispiel solche Dongles und Jigs, wo ihr dann eben halt die Switch mit breaken könntet, beziehungsweise hacken konntet. Also hier wollte man auch tatsächlich Profit damit machen und das haben die auch tatsächlich wohl gemacht. Nintendo hat oder es wurde dann klar gemacht, dass Nintendo einen Verlust von 65 Millionen US-Dollar eingefahren hat. Da hätte mich mal gerne interessiert, wie die sich das berechnet hatte. Allerdings gab es dann in der ersten Verurteilung für Duck Bowser schon mal eine Strafe von 4,5 Millionen US-Dollar, die er auch akzeptiert hatte. In der zweiten Verurteilung, beziehungsweise in der zweiten Verhandlung gab es nochmal 10 Millionen on top und eine 40-monatige Haftstrafe, die er jetzt antreten muss. Und dann ist der Bowser tatsächlich auch mal der Bösewicht. Ja, das passt vom Namen einfach tatsächlich perfekt. Normalerweise muss ich mal das Vorgehen von Nintendo so ein bisschen kritisieren. Allerdings geht es hier wirklich um eine Firma oder um ein Team, die massiv damit Geld gemacht haben und eben halt auch Profit rausgeschlagen haben. Und ich denke, da ist das Vorgehen von Nintendo absolut richtig. Denn ich sage mal, es gibt mal einige Sachen, wenn man einige, ich sage mal, Freie Entwickler oder sowas, die das für die Öffentlichkeit so kostenlos zur Verfügung stellen, muss man das vielleicht mal nochmal anders ein bisschen bewerten, als wenn man selber damit Profit machen möchte und dann eben gegen die Terms of Services von Nintendo verstößt. Keine Ahnung, wie ihr das seht, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Dann gibt es nach dem Jahresbericht ja immer auch noch von diesem Investor Q&A, wo einige Investoren dann eben halt Nintendo dem Präsidenten einige Fragen stellen könnte. Und ein Fragesteller merkte an, dass die Verkäufe der Evergreen-Spiele im laufenden Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugenommen hätten. Heißt also, dass man eigentlich alte Spiele mehr verkauft als neue. Er spekulierte dann auch so ein bisschen, warum das der Grund sein könnte und gesagt, vielleicht ist es das OLED-Modell, die man dann vielleicht schon nochmal alte Games haben, kaufen wollen, um die auf dieser OLED zu spielen. Natürlich hat sich der Präsident dann diesen Fragen gestellt. Er bestätigte zunächst erstmal die Zahlen, also in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres, also von April bis Dezember 2021, hätten Spiele aus den Vorjahren etwa 60% im Verkauf von First-Party-Software ausgemacht. Oder andersrum gesagt eben, Nintendo hat mehr alte Spiele als neue Spiele verkauft. Ich glaube, es liegt nicht eher im OLED-Modell, sondern es liegt natürlich auch einfach an dem Jahr. Ich sag mal, je nachdem, was dann rauskommt. 2021 war jetzt nicht schlecht und so, es war aber auch nicht super cool, so wie es jetzt mit 2022 startet, wo viel mehr bessere Games natürlich auch rauskommen. Und ich glaube, daran liegt das einfach. 2021 war jetzt nicht so stark und die Switch hat sich weiterhin gut verkauft. Und natürlich sind neue Switch-Bersitzer einfach auch, wollen halt eben halt auch die Klassiker spielen, die damals 2017 rausgekommen sind. Ich meine, Mario Kart, guckt euch an, immer noch neun Millionen Mal im Jahr verkauft worden. Was soll man da großartig zu sagen? Und ich glaube, das ist nicht so wirklich ein Trend, sondern es ist einfach dem geschuldet, wenn es halt gute Spiele gibt oder nicht so gute Spiele gibt. Von daher muss man da jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf geben. Und dann kommen wir zu Mario Kart 8 Deluxe DLC. Dass ich DLC überhaupt mal sagen darf, das hätte ich mir fünf Jahre nicht träumen lassen, wenn man mal ehrlich ist. Und schon nach der Direct, wo alle im Hype waren, gibt es den ersten Unmut, den ich persönlich jetzt nicht direkt so teilen kann. Aber darüber können wir natürlich jetzt hier mal diskutieren. Und ich erkläre euch einfach mal kurz, was überhaupt passiert ist. Ihr wisst ja, es kommt der Strecken-DLC, es kommen sechs Wellen, A8 Strecken, 48 Strecken insgesamt bis Ende 2023. In der ersten Welle bekommen wir den Goldenen Turbo Cup und den Glückskatzen Cup. Und dort ist dann enthalten Paris Parcours, Ninja Dojo und Tokio Tempotu oder wie das heißt. Das ist aus Mario Kart Tour die Strecken. Dann Toads Piste, Mario Kart 7, Schokosumpf vom Mario Kart 64, Kokos Promenade vom Mario Kart Wii und dem Pilzpass von Mario Kart DS. Und dann haben wir noch die Wolkenpiste von Mario Kart Super Circuit. Jetzt haben einige den Trailer so studiert und gesehen und haben gesagt, das sind doch die ganzen Strecken von Mario Kart Tour. Und wenn wir uns jetzt mal die erste Welle angucken, sind auch tatsächlich alle Strecken dort enthalten. Es waren zwar zwei Strecken bisher im Mario Kart Tour noch nicht enthalten, nämlich Kokos Promenade und Pilzpass. Allerdings gab es jetzt einen Tweet dazu, dass die eben halt auch schon in Vorbereitung sind und eben bald bei Mario Kart released werden. Jetzt schlägt natürlich die ganze Hasswelle. Alle haben vorher gewartet auf irgendeinen DLC, jetzt geht es direkt in den Hass um, dass man eben sagt, das sieht nicht so schön aus. Mario Kart Tour sehen natürlich ein bisschen anders aus, haben nicht den Style von Mario Kart 8 Deluxe. Und natürlich, das stimmt auch. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Mario Kart Tour nie wirklich gespielt hatte. Ich habe es irgendwann mal, wo es rauskam, auf dem Handy. Aber ich finde diese Handysteuerung einfach, ja es macht keinen Spaß. Und dann diese Wände, wo man die ganze Zeit gegenfährt. Also ich meine diese, man kann ja nicht runterfallen. Also irgendwie habe ich den Spaßfaktor da noch nie so wirklich verstanden. Aber es scheint tatsächlich wirklich so, dass die Strecken einfach, und ich sage jetzt wirklich bewusst einfach nur einfach, importiert wurden in Mario Kart 8 Deluxe. Und so einfach wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Dass es wahrscheinlich nicht nur ein Copy und Paste und schon funktioniert ist. Interessant ist aber allerdings, warum hat man das so gemacht? Warum hat man so lange gewartet, um dann diese Strecken, die wahrscheinlich alle aus Mario Kart Tour sein werden, jetzt erst gebracht? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch etwas mit dem Nachfolger, mit Mario Kart 9, 10, was auch whatever, wie das auch mal heißen mag, zu tun hatte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich, was wir auch immer schon vermutet haben, dass Mario Kart gerade so ein Titel ist, den man mit einer neuen Konsole releasen wollte. Und ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass 2023 eben halt so ein Datum war, also in der Mitte oder Anfang 2023, ja nach sechs Jahren nach der Nintendo Switch, dass man dort den Nachfolger rausspringen, von mir ist mit Nintendo Switch 2 oder was auch immer. Aber jetzt auch durch die Halbleiterknappheit, was auch Nintendo letztens nochmal bestätigt hat, dass die auch damit Probleme haben, wahrscheinlich auch die Ankündigung der neuen Hardware nach hinten geschoben haben und dann so ein DLC zu strecken bis Ende 2023 natürlich ein genialer Schachzug ist, muss man tatsächlich sagen. Das ist natürlich jetzt einfach nur Spekulation meinerseits, aber irgendwie macht das schon von meiner Seite aus Sinn und deswegen war dieser DLC vielleicht in Anführungszeichen so ein kleiner Schnellschuss und deswegen nimmt man die Strecken eben von Mario Kart Tour, auch wie gesagt, wenn es wahrscheinlich nicht ein einfacher Import ist, sondern da wird man schon noch ein bisschen Arbeit reinstecken müssen. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn mir das Spiel Spaß macht nachher in den Fahrten und ich dann, ich glaube, ich werde das gar nicht so merken und ich freue mich einfach, die alten Strecken auch fahren zu können und ein paar neue Strecken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, da könnt ihr mir natürlich gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da eher abgeschreckt seid oder wie auch immer. Ich finde den Preis auch vollkommen in Ordnung und wie gesagt, wir sollten jetzt auch einfach mal den Ball flach halten und heute Abend lieber um 20 Uhr einschalten, wenn die Gründer von Digitals da sind. Auf Switch natürlich.